Im Dialog Geschoss bzw. Geschosse leeren können Sie für jedes der vorhandenen Geschosse Ihrer geöffneten Planung festlegen, ob dieses im Innenbereich komplett geleert werden soll. Es werden dabei sämtliche Einrichtungen, Wände, Bauelemente und Räume entfernt. Sie können dies geschossweise oder geschossübergreifend machen, zum Beispiel um eine Hausplanung für einen neuen Interessenten in einem bereits bestehenden Grundkörper vorzunehmen.